Hallo Welt, da sind wir wieder hier beim Schlechter und wir suchen mal einen Weg hier raus. Besser ist das wohl. Er ist erstmal beschäftigt, wir haben seine Maschine sabotiert. Wer weiß, wofür das gut war, was wir jetzt gemacht haben. Und wo sind unsere Sachen? Nur am Ausgang? Irgendwo muss er sie gelagert haben. Hm, lecker Wurst. Ja, jetzt nicht mehr. Nach der letzten Folge? Oder den letzten zwei Folgen vielleicht sogar? Ich denke, ich werde nur meine Sachen holen und gehen. Selbst, äh, es überhaupt noch bin, wenn ich das nicht weiß. Also, hier steht, selbst wenn ich es nicht weiß, ob du noch am Leben bist oder ob ich selbst es überhaupt noch bin. Wir leben in einer absurden Welt. Und das Absurdeste ist, dass wir nicht zusammen sind. Und ich wünschte, ich wäre nicht so feige gewesen und hätte mir den letzten Zug mit dir genommen. Feigheit scheint meine wesentliche Eigenschaft zu sein. Ich weiß nicht, was du an mir geliebt hast. Bei Gott. Ich bete, dass wir uns im Jenseits wiedersehen. Bis dann, meine Süße, mein Täubchen. Für immer dein Geliebter. Äh, PS. Siehst du manchmal nach meinem Sohn? Geht es ihm gut? Warum frage ich eigentlich? Ich werde diesen Brief nie absenden. Es gibt nicht mal mehr königliche Post. Hm, hm. Ist hier einer irgendwo? Ich meine, ich habe da gerade den Schatten gesehen. Wie? So viele Sachen und wir dürfen nichts mit... Oh, das alles gute Fleisch. Das sind ein paar Krallen dabei. Dumpfing! Wo sind unsere Sachen, hä? Oh, wir können nichts herstellen, weil... Fehlende Zutaten. Ach. Von hier aus können wir gar nicht auf unseren... Dings zugreifen, auf unseren Druckluftvorrat heißt das Ding. Moment, Moment, Moment. Da haben wir doch gleich das richtige Outfit dafür, wenn wir hier jetzt sind und die uns blitzen wollen gleich. So. Moment. Michael Cutting? Und wer ist das dann? Der heißt, äh, Cutler oder so. Oh, ich kann ihn mir nicht krabschen. Komm schon, jetzt! Das ist kein Weg für ein Wunsch zu machen. Das läuft hier so nicht. Aber wir haben doch... Nein. All right. Are you ready for another day of serving people? I mean, uh, serving the people, of course. My little chick. Never mind. So lange getrödelt da. Oh, nein. You focus in on the job. This is no time to daydream. Ach. Gelb, rot, gelb, grün. Come on! Don't doodle! Vielleicht kommen wir hier nie raus. Gelb, grün, grün, blau. Weed it up! I want you focus in. Isn't it an amazing system? Gelb, blau, blau, rot. We need to train all the automation. Let's go! Blau, rot, rot, rot. Und rot, blau, gelb, rot. Oh, es ist aus. Wollt ihr ein bisschen Rest bekommen? Ich hoffe, wir haben zweimal so viele Ordnungen morgen geschlossen. Er ist sicherlich, dass ich aus dem Cellar weggekommen möchte. Ist das der Weg raus, ich weiß nicht? Back to work, du newsy-Parker! Das blöde Spanker! Ich muss mich mit etwas beschäftigen, wenn ich in den Cellar komme. Aber wir haben doch gar nichts, um hier irgendetwas zu sabotieren. Ja, wir hätten rauskommen sollen beim ersten Mal. Hätten wir mal nicht so getrödelt. Ja, Mann! Den Dodo! Geil, Geil, Geil! und jetzt wir haben das spiel kaputt gemacht damit hat wohl keiner gerechnet ja da tut sich gerade nichts mehr all right are you ready for another day serving people i mean uh serving the people of course wir brauchen das ersatzteil ausweider ersatzteil das ist ja merkwürdig haben wir es wirklich so kaputt gemacht dass es nicht mehr geht das ist You're a smart lad! Speed it up! Come on! You're a smart lad! You're a smart lad! I'm still alive! You're a smart lad! You're a smart lad! You're a smart lad! I want you focusing on the job! Stopp! Das ist kein Zeitpunkt, um dich zu träumen! Grün-Blau, Grün-Grün! Du bist ein Smart lad! Speed it up! Ich wünschte, wir hätten mehr Butchers. Ich könnte starten Franchisein' Blau-Gelb, Grün-Gelb Ich wünschte, wir fokussieren auf den Job! Das ist kein Zeitpunkt, um zu träumen! Du machst gut und machst auch gut! Du bist ein Smart lad! Speed it up! Grün-Grün-Rot-Rot! Grün-Grün-Rot-Rot! Wir sind gleich wieder am Ende! Komm schon! Mach doch doch doch! Unserieses Rest! Du machst einen herzlichen Job. Wo hast du eine kurze Pause und etwas zu essen? Hat er die Dinger jetzt ausgeschaltet? Noch ein Stromschlag und wir gehen wieder zu Boden. Immerhin haben wir jetzt Asche und Feder. Das ist ein Kumpel. All right, are you ready for another day of serving people? I mean, uh, serving the people, of course. My little chick. Never mind. Der hat doch bestimmt noch einen Lehrling irgendwo her. You're a smart lad! Speed it up! Grün, grün, grün. Gelb. Rot, gelb. Rot, blau. Rot, blau, grün. Rot, blau, grün. Komm schon, den Dodo! Du bist gut und gut. Blaugelb, Rotgelb. Ich möchte, dass du auf den Job konzentriert. Das ist kein Zeitpunkt für Daydream. Ein sehr starkes Rest. Du bist ein smarter Mann! Speed it up! Wir schuften uns hier zu Tode. Bist du das auf den Grund? Mach es wieder! Oder wir brechen einfach zusammen. Dann wird er schon sehen, was er davon hat. Alle behaupten, wir wären in Urlaub. Der hat uns gefangen hier. Ja, wir wollten ja unbedingt. Ja, wir müssen doch... So was müssen wir doch beenden. Das geht doch nicht. Du, Madiak! Du blieb es auf! Ich meine, äh... Serving little people, of course. God damn you to hell! Never mind. Jetzt sollen wir das alles wieder machen. Aber da ist keiner diesmal. Oh! Woah! Come on! Don't dawdle! I want you focusing on the job. This is no time to daydream. You're a smart lad! Speed it up! Come on! Don't dawdle! Wow. Das ist ein ganz klein wenig nervig. I want you focusing on the job. This is no time to daydream. You're a smart lad! Speed it up! Come on! Don't dawdle! Oh! Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!